Bin weder rechts noch links noch rot noch schwarz noch gelb noch grün noch blau noch braun noch bin ich ein Pirat oder sonstige Partei von Privat. Gehöre keinem Verein der BRD noch sonstigem Organ dieser Elite, ich bin ein Mensch. Die Politik ist schring geheim zu geheim, dass selbst die Geheimdienste nicht weiter wissen wie Stasi und Verfassungsschutz verschmilzen. Dieser Verein ist so illegitim, dass das Oberste Gericht keine Macht mehr hat, ich bin ein Mensch. Sie beschimpfen mich als Nazi oder Ratspopulist, weil ich für den Frieden bin. Sie beschimpfen mich als Nazi oder Ratspopulist, weil ich für den Frieden bin. 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 Ich einfach nur Mensch. Tod bringende Atomkraft als Zauber mit CO2 Priorität. Waffenhandel auf Steuerkosten für Humanität. Fracking als unbedenklich. Chemtrails zur Rettung des Klimas. Mobiler Funkverbrennt uns das letzte Hirn. Und mit Gentech versorgen sie unser Trinken und Essen. Den Rest erledigen Impfprogramme und TV Propaganda. Hör auf den Beitragsservice an. Nein, Schluss damit. Aber mich, wenn sie Nazi. Mich! Weil ich für den Frieden bin. 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 Friede! Den Menschen ähnlichen Wohlgefeinds. Friede! All die Tiere in der Mutternatur und dieser leidgeplagten Erde. Friede! Allen Lebewesen besagte mein Wälder von Petersenburg. Friede! Freude! Veganer-Kuchen. In diesem Sinne... Alles Liebe und Gute. Tschüss!